Erlaubt und verboten Das ist erlaubt Das ist verboten The nouns are Die Erlaubnis Das Verbot Basic Sentences Das ist erlaubt Das ist verboten Das ist nicht erlaubt Das ist nicht verboten Basic Question Ist das erlaubt? Ist das verboten? Kontext Ist es erlaubt, im Restaurant zu rauchen? Die erlaubte Geschwindigkeit ist hier 130 kmh Das Halten von Haustieren ist verboten Auf der Karte sind sogar verbotene Zonen eingezeichnet The comparatives and superlatives for these words don't really exist but they might still be used in colloquial speech und eigentlich auf der Karte und wie immer das